So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Normalerweise jetzt heute am Mittwoch wäre eigentlich die Raid am Mittwoch Folge gekommen. Die verschieben wir einfach wieder auf den Donnerstag, damit wir uns jetzt mal der Jototour widmen können. Denn ich wurde schon die ganze Zeit abends im Stream gefragt, immer Ramses hast du schon gesehen, Ramses hier, Ramses da. Und immer wieder die Frage auch, lohnt sich ein Ticket dafür? Wir haben jetzt hier zwei Artikel von der Pokémon GO LIVE.com hier Seite, also diese Blogposts. Einmal mit ganz viel Text, obwohl die in letzter Zeit das alles schön bebildert dargestellt haben, habt ihr hier so gut wie nur Text. Aber einen zweiten Artikel jetzt auch von ihnen, ganz offiziell. Und hier ist auch ganz cool eine Tabelle gemacht mit den Unterschieden zwischen Nicht-Ticket und Ticket. Was ihr also bei der Jototour bekommt, wenn ihr ein Ticket habt und was ihr bekommt, wenn ihr kein Ticket habt. So habt ihr ganz deutlich die Unterschiede da und könnt euch vielleicht besser entscheiden, ob ihr euch ein Ticket kauft oder nicht kauft. Meiner Meinung nach lohnt es sich ein Ticket zu kaufen, lohnt es sich immer ein Ticket zu kaufen. In diesem Ticket für 12 Euro ist nämlich auch schon für Januar und Februar jeweils diese Forschung für den Community Day mit inbegriffen. Ich sage ja immer, pro Monat gibt es eine Forschung für den Community Day, 99 Cent kostet die. Die kaufe ich mir immer, werde ich mir im Dezember auch kaufen, habe ich mir auch im Oktober gekauft, im November gekauft. Einmal im Monat 99 Cent ist schon okay und die würde ich mir ja eh im Januar und Februar kaufen. Wenn ich jetzt für 12 Euro dieses Ticket kaufe, ist für Januar und Februar diese zwei Community Day Forschungen schon drin. Sprich, eigentlich bezahle ich gar nicht 12, ich spare dadurch ja dann 2 Euro und ich bezahle ja eigentlich nur 10 Euro fürs Ticket. Das andere ist ja, gibt es ja dann gratis, ihr könnt also 2 Euro abziehen. Und wenn ihr 10 Euro für das Ticket bezahlt und wie letztes Jahr im Event dann wieder, sagen wir mal, 10 Raid Pässe kriegt während dieser Aufgaben und als Items. Ein Raid Pass für 100 Coins im Shop ist ja schon im Prinzip 1 Euro. Das heißt, bei 10 Raid Passen hättet ihr schon wieder einen Wert von 10 Euro wiederbekommen, sodass das Ticket eigentlich ja dann kostenlos ist. Für mich gibt es da gar keine Überlegung, ob man sich ein Ticket holt oder nicht. Ja, ja, ja. Ich habe mir damals eins geholt, ich werde mir jetzt eins holen. Es ist ein Hobby, es ist eine feine Sache. Ihr kriegt erhöhte Shiny-Raten noch dabei, ihr kriegt noch eine zusätzliche Spezialforschung, ihr bekommt eine Medaille, ihr bekommt so viele geniale Items auch. Und was genau ihr alles noch bekommt, gucken wir uns gleich an. Aber eigentlich müsste jetzt schon klar sein, dass so ein Ticket sich eben lohnt. Es ist ein Unterschied auch, wenn man mal sieht, früher ist man direkt vor Ort gefahren zum Go-Face, Es hat sich vorab ein Ticket gekauft, was vielleicht sogar fast 30 Euro gekostet hat, mit Early Access, allem drum und dran, Stadtforscher Pass. Da hast du fast 30 Euro bezahlt. Musstest aber noch 300 bis 500 Kilometer dahin fahren, das war nochmal Spritkosten. Du musstest noch ein Hotel nehmen, da nochmal 100 bis 200 Euro ausgegeben, vielleicht für das Hotel. Das war so teuer. Und jetzt kannst du für 12 Euro einfach ein Ticket kaufen, was also viel günstiger ist und kannst das da erleben, wo du möchtest, mit deinen Freunden zusammen. Oder auch nicht, durch Corona, das weiß man ja nicht. Aber der Preis ist auf jeden Fall nicht zu viel. Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz hier auf dieser komischen Seite das an und kommen dann zu dieser Tabelle, die noch ist. So, hier steht nämlich am Ende, das ist ja dieses Yoto, ihr wisst, bei Kando war es Mew, bei Yoto ist es Celebi. Was ich jetzt ein bisschen schon mal komisch finde, aber trotzdem, weil damals bei Kando gab es ja die Ticketforschung. Und am Ende hat man ein Shiny Mew bekommen und alle sind durchgedreht und haben sich das Ticket gekauft für ein Shiny Mew. Man konnte auch nur mit diesem Ticket Shiny Mew bekommen. Wer das abgeschlossen hat, während des Zeitraums hat eine zusätzliche Spezialforschung freigeschalten, in der man dann am Ende Shiny Ditto bekommen konnte. Jetzt wird es auch wieder so sein, ihr werdet also auch wieder eine Forschung mit dem Ticket bekommen, wo am Ende Celebi rauskommt. Und wenn ihr die zeitnah abschließt, schaltet ihr auch durch diese Forschung mit dem Ticket eine noch zusätzliche Forschung frei, zu der jetzt noch nichts bekannt ist. Was aber bestimmt auch wieder irgendwas Besonderes hat. Aber, das ist einfach alles so ähnlich aufgebaut, also was will man da großartig sagen. Ich finde es nur komisch, dass Mew gab es damals die Forschung für alle, dann gab es die Celebi-Forschung für alle, sind immer nach den Go-Fests, werden die rausgehauen. Shiny Mew musstet ihr mit dem Ticket kaufen, Shiny Celebi wurde aber einfach so freigeschalten dann mal in der zusätzlichen Forschung. Und jetzt gibt es die Ticket-Forschung, wieder mit Celebi, also eigentlich hätten sie genau dafür das Shiny Celebi aufheben müssen, dass sie jetzt sagen, in dieser Joto-Tour gibt es das Shiny Celebi und vorher gar nicht. Aber jetzt haben ja die Leute damals eigentlich schon ein Shiny Celebi bekommen. Ohne die Joto-Tour, weiß nicht, wie das zusammenhängt, ergibt für mich gerade keinen Sinn, aber okay, irgendwas werden sie sich dabei schon denken. So, jetzt steht das natürlich alles hier da, ihr wisst wie das immer ist, Pokémon Gold, Pokémon Silber, kennt ihr, ich kenne es leider nicht. Ist ja so aufgeteilt, zwei Editionen, damals musste man sich auch entscheiden, auch zwischen Blau und Grün. Ach, zwischen Rot und Grün, wie gesagt, bei uns gab es Rot und Blau, weil das aber an das Original in Japan angelehnt war, gab es eben Rot und Grüne Edition. Also hat man sich auch zwischen der Version im Spiel entschieden, dann zwischen Rot und Grün. Ich habe damals Grün genommen, gab es schöne Medaille dazu, bestimmte Pokémon. Pupsi hatte Rot genommen. Diesmal wird es auch so sein, dass man zwischen Gold und Silber in-game wählen kann und dementsprechend andere Pokémon hat. Es steht hier auf jeden Fall noch dabei, wenn ihr die Spezialforschung zur Pokémon Go to Joto abschließt, erhaltet ihr Zugang zu einer exklusiven Meisterwerk-Forschung. Bleibt gespannt, weitere Details zu dieser schwierigen und begehrten Forschung folgen bald. Die Tickets sind jetzt auf jeden Fall verfügbar, steht auch dabei, dass ihr dann für Januar und Februar Zugang zur befristeten Forschung der Jahreszeit der Herkunft bekommt, beziehungsweise sind das gar nicht die Community Day Tickets, sind das andere befristete Forschung der Jahreszeit der Herkunft, egal was es ist, ihr spart auf jeden Fall, dann habt ihr es auch schon mit drin. Haut das also jetzt raus. Hier steht ja, wenn ihr bis Monat den 10. das euch geholt habt, dann habt ihr Januar und Februar die Tickets mit drin. Und wenn ihr es bis Donnerstag den 10. Februar geholt habt, habt ihr wenigstens noch Februar das mit drin. Aber ich würde es auf jeden Fall jetzt im Dezember eigentlich noch kaufen. Dann habt ihr das schon mal, seid auf der sicheren Seite und holt das meiste raus. An sich die Jodo-Tour oder das Event findet dann am 26. Februar von 9 bis 21 Uhr statt. Das sind also trotzdem zwölf Stunden, ja, neun bis neun, weltweit. Am Sonntag, dem 27. können Trainer an einigen ausgewählten Orten sogar an einem Live-Event teilnehmen. Als Hommage an das Ende von Pokémon Gold und Silber beenden Trainer ihre Reise mit Begegnungen mit Pokémon aus der Kando-Region. Weitere Infos folgen bald. Es ist also trotzdem nicht alles da, ja. Ticketpflichtige Features bei der Jodo-Tour. Werdet ihr euch für die goldene oder silberne Edition entscheiden? Ihr müsst vor Beginn wählen und könnt eure Entscheidung später nicht mehr ändern. Mhm, 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 unabhängig von der gewählten Ticket-Version können sich alle Ticket-Inhaber während der Pokémon-Go-Tour Jodo auf folgendes freuen. Jetzt stehen hier da einige Sachen, also wer ein Ticket hat, kriegt das unabhängig von seiner Version, die er wählt. Alle Pokémon, die ursprünglich in der Jodo-Region entdeckt wurden, erscheinen in der Wildnis, in Raids und in Begegnungen nach Feldforschungsaufgaben. Außerdem werden sie von Rauch angezogen, Schlüpfen aus Eiern, können mit Freunden getauscht werden oder sind durch Entwicklungen erhältlich. Ihr könnt eine exklusive Spezialforschung zum Event abschließen, für die ihr als Belohnung eine Begegnung mit Celebi erhaltet. Fangt Celebi unbedingt während des Events, damit es eine besondere Event-Attacke beherrscht. Wenn ihr die Spezialforschung abschließt, erhaltet ihr Zugang zu einer zweiten exklusiven Meisterwerk-Forschung. Wie schon gesagt, war ja damals auch Shiny Mew abgeschlossen, gab es die Shiny Ditto-Forschung. Die sich über einen längeren Zeitraum erstreckt und eure Fähigkeiten als Trainer testet. Alle ursprünglich in der Jodo-Region entdeckten Pokémon erscheinen auch in schillernder Form. Einige sogar zum ersten Mal im Pokémon Go. War ja bei Kando auch so, würde auch so sein. Alles, was es jetzt noch nicht gibt von Jodo, wird dann dort auftreten mit Shiny Debüt. So zum Beispiel Icognito, G, O, T, U, R und J, das von Rauch angezogen wird. Ist ja auch immer so. Da gibt es dann die ganzen Buchstaben von Icognito, die da schillernd sein können, sonst nicht. Wird auf jeden Fall wieder ein Highlight für die Sammler. Je nach ausgewählter Event-Version werdet ihr außerdem mit höherer Wahrscheinlichkeit bestimmten schillernden Pokémon in der Wildnis begegnen. Weitere Infos in der Übersicht unten. Schließt neun Sammler-Herausforderungen ab, um Belohnungen und eine weitere Top-Sammler-Medaille zu verdienen. Sammler-Herausforderungen also auch wieder dabei. Dazu müssen Trainer innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums bestimmte Pokémon zu verschiedenen Mottos fangen. Unterschiedliche Pokémon werden von Rauch angezogen. Im Shop gibt es ein kostenloses Bundle mit drei Fanrate-Passen. Eier schlüpfen viermal so schnell. Es gibt doppelte Bonbons fürs Ausbrüten von Eiern. Ihr erhaltet zusätzliche Bonbons fürs Fangen von Joto-Pokémon. Ihr erhaltet bis zu neun kostenlose Raid-Pässe, wenn ihr die Fotoscheiben von Arenen dreht. Also ihr könnt, ihr kriegt neun Pässe, das sind trotzdem neun Euro. Und ihr kriegt drei kostenlose Fanrate-Pässe. Das sind trotzdem insgesamt schon zwölf Euro, könnte man sagen. Für ein Ticket, was zwölf Euro kostet. Wie gesagt, es ist auch dieses Mal wieder so. Ihr erhaltet eine exklusive In-Game-Medaille als Andenken an das Event, was ich auch immer sehr schön finde. Macht den ein oder anderen Schnappschuss, um eine Überraschung zu erleben. Gibt's ja auch, wer weiß. Vielleicht gibt's ja mal wieder ein Rotom, obwohl ich keine Ahnung hab, zu welcher Generation Rotom grad gehört. Also egal. Ihr erhaltet besondere Sticker, wenn ihr Pokestops dreht. Auch im Shop sind diese Sticker erhältlich. Features ohne Ticket. Selbst wenn ihr gar kein Ticket habt und euch keins kauft, ne. Gibt es einige Pokémon, die zuerst in Yodo entdeckt wurden, erscheinen in der Wildnis, in Raids, schlüpfen aus Eiern. Andere Yodo-Pokémon, die sonst nur in bestimmten Regionen vorkommen, werden weltweit in Raids auftreten. Also Kontinentale wird es wohl über Raids geben, die ihr euch fangen könnt. Eben als Shinies und eben auch, äh, erstmal für den Pokédex, wenn ihr die noch nicht habt. Pokémon wie Pichu-Pi, Fluffeluf, Tocke-Pi, schlüpfen aus 2 Kilometer-Eiern. Ihr könnt eine befristete Forschung zu Trainerkämpfen abschließen. Goldene oder silberne Version. Pass auf jetzt hier. Bla 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 bla. Hm, hm, hm. Aha. Ja, ja, ja. Goldene Edition. Exklusive Pokémon der goldenen Edition. Weberack. Skorgler, Teddy Ursa, hey, und Mantax werden von Rauch angezogen. Exklusive Pokémon der silbernen Edition. Ladybar. Botogel. Panzer Aeron. Funfie. Ich glaub... Weberack, Ladybar, Skorgler, Botogel. Mantax, Panzer Aeron, Teddy Ursa, Funfie. Ich glaub, am coolsten find ich Teddy Ursa und Funfie, aber da Teddy Ursa ja schon als Shiny drin ist und ich Funfie eben, oder Funpi, viel cooler find und das neu als Shiny kommt, wäre für mich das schon ein garantiesilberne Edition zu wählen. Mit Ladybar, Botogel, Panzer Aeron, Funfie. Statt's Weberack, Skorgler, Teddy Ursa, Mantax. Das ist von Rauch, ne? Aber jetzt, goldene Edition. Ihr habt eine höhere Chance, diese schillernden Pokémon zu treffen. Endivie, Feurigel, Kanimani, Weberack, Fluffeluf, Natu, Hopspross, Songkern, Traunfugil, wohin genau? Skorgler, Potrotte, Teddy Ursa, Quiegel, Mantax und Ho-Oh. Bei der silbernen... Endivie, Feurigel, Kanimani, Ladybar, Pi, Mogelbaum, Hopspross, Jan, Matanza, Bodogel, Panzer Aeron, Hundusta, Funfie, Miltang, Lavita, Lukia. Selbst jetzt würde ich auch wieder sagen, ich finde die silberne interessanter, denn... Endivie, Feurigel, Kanimani. Die drei sind eh bei beiden. Ihr habt bei Gold Weberack, bei Silber Ladybar. Ist jetzt beides nicht so interessant. Ihr habt bei Gold Fluffeluf, bei Silber Pi. Ihr habt bei Gold Natu, bei Silber Mogelbaum. Auf jeden Fall voll heftig. Hopspross bei beiden. Gold Sonnenkern, Silber Janma. Gold Traunfugil, Silber Tansa. Gold Wohingenau, Silber Botogel. Golds Gorgler, Silber Panzer Aeron. Gold Potrott, Silber Hunduster. Hunduster? Sehr cool, bei Silber. Gold Teddy Ursa, Silber Funfie. Ist cool. Silber schon wieder, Punkt für mich. Gold Quiekel, ist an sich cool, ja. Hatte aber auch einen Sea Day. Und wenn es um Shiny geht, Silber Miltank. Wow, die blaue Kuh fehlt auch noch einigen. Dann habt ihr hier Gold Mantax. Und Silber Lavita. Also immer noch Silber. Und dann habt ihr hier natürlich Ho-Oh in der Goldenen und Silber Lugia. Mir würde noch ein 100er Ho-Oh fehlen oder sowas. Es geht ja erstmal nur um Shiny. Habe ich beides eigentlich so. Also ich würde immer noch zu Silbernen tendieren. Dann steht noch irgendwas dabei mit irgendwelchen Live-Events. Dass selbst dann am 27. also am Sonntag danach man weltweit oder vor Ort oder auch beides oder auch gar nichts irgendwo was machen kann. Was genau wird aber noch bekannt gegeben. Es sind jetzt, meine Meinung nach sind trotzdem jetzt nicht so die krassesten Pokemon gerade bekannt. Aber da kommen ja noch mehr Infos, dass ihr noch mehr einen Eindruck bekommt und habt und überhaupt. Und wenn wir jetzt hier nochmal diese Tabelle angucken, seht ihr also kostenlos, ne? Weltweites Ticket. Stündlich wechselnd wilde Pokemon habt ihr immer. Besondere Attacken für Lugia und Ho-Oh. Sowie Event-Attacken vergangener Community Days für Megani, Donupto, Impergador, Despotab, Sianna, Nachtara, Mammudel habt ihr auch überall. Ihr habt den Soundtrack mit dem Jotu-Mix überall. Eine befristete Forschung mit Begegnungen. Zu Raikou, Entei und Suikun habt ihr auch bei beiden. Selbst ohne Ticket. Ihr kriegt trotzdem die Begegnung mit den drei Raubkatzen. Befristete Forschung zur Go-Kampf-Liga habt ihr auch bei beiden. Legendäre Pokemon in Raids und regionale Pokemon in Raids habt ihr auch bei beiden. Ihr braucht also kein Ticket. Aber wenn ihr euch das Ticket kauft, für sozusagen 10 Euro, kriegt ihr ja schon 10 Pässe dazu und könnt die auch gleich nutzen. Also habt dann auch ne erhöhte Shiny-Rate. Chance auf schillerndes Farb-Igel habt ihr auch bei beiden. Bis 23 Uhr Ortszeit müsst ihr nicht mit Evoli spazieren gehen, um es zu Psyana oder Nachtara zu entwickeln. Habt ihr auch bei beiden. Pokemon aus der Jotu-Region schlüpfen aus 7 Kilometer-Eiern. Habt ihr bei beiden. Pichu-Pi, Fluffel-Luf, Toggebi, Rabauts, Kusilla, Elikid, Magbi, Schlüpfen aus 2 Kilometer-Eiern, die ihr von Pokestops erhaltet. Habt ihr auch bei beiden. Rabauts wird so ein Typ, den man dann natürlich Shiny braucht, weil der neu ist. Bis zu 6 Spezialtausche pro Tag habt ihr auch bei beiden. Auf der In-Game-Karte regnet es Konfetti. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Das habt ihr auch bei beiden. Jetzt kommt es aber zu dem, was ihr nur mit Ticket habt. Spezialforschung mit einer Begegnung mit Celebi gibt es nur mit Ticket. Meisterwerkforschung gibt es nur mit Ticket nach Celebi. Die Auswahl zwischen der goldenen oder silbernen Edition mit erhöhter Chance auf Begegnungen mit bestimmten Schillernden habt ihr nur mit Ticket. Unterschiedliche Pokémon werden von Rauch angezogen. Nur mit Ticket. Stündliche Sammler-Herausforderung. Nur mit Ticket. Zusätzliche Sammler-Herausforderung. Gold, Silber, Spezialentwicklung und Raid. Nur mit Ticket. Zum Ticket gehörendes Bundle mit 3 Fan-Raid-Pässen. Nur mit Ticket. Zusätzliche überraschende Begegnungen. Nur mit Ticket. Ein Viertel Schlüpfdistanz. Mit Ticket. Doppelte Schlüpf-Bomboms. Mit Ticket. Zusätzliche Bon-Boms für das Fangen von Event-Pokémon mit Ticket. Mit 9 Bonus-Raid-Pässe für das Drehen der Fotoscheiben von Arenen mit Ticket. Exklusive In-Game-Medaille mit Ticket. Und besondere Sticker von Pokestops und aus Geschenken. Also das Beste auch hier zum Schluss nochmal. Das ist für mich also jetzt eigentlich eindeutig. Also was will man jetzt noch fragen? Ja, nein, vielleicht. Ticket oder nicht Ticket. Gönnt euch das. Gönnt euch das Ticket. Holt euch das Ticket. Wenn ihr Bock auf das Game habt. Wenn euch das Spiel Spaß macht. Lasst euch dieses Ticket nicht entgehen. Ihr habt eigentlich nur Vorteile. Und ihr habt durch die Pässe schon alleine. Ja. Das was es kostet. Eigentlich schon wieder reingeholt. Also gibt es eigentlich keine andere Entscheidung. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.